Hallo, grüß euch Gott. Ich bin der Kurt Bauer. Ich komme aus Salzburg. Ich habe viele Jahre Filmarbeit hinter mir und bin speziell Dokusfilmer und im Moment habe ich einen absoluten Überdrüberknüller, der heißt Projekt Frieden. Herzlich willkommen. Ich lade euch recht herzlich ein, dass wir uns über den Frieden austauschen. Ich glaube, der Frieden ist vielleicht nicht alles, aber ohne Frieden geht gar nichts. Ich bleibe ein, dass wir uns über den Frieden immer wieder erl servieren. Aber ich bin mir frei. Ich oben auf seinen Tod und begebe Ecofl GOOD advisory Arte column und oben